Da hab ich alles kein vergessen, all zu drücken. So, und weiter. So, herhalten zum Interagieren. So, 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 so. Hallo, Daisy. Sie verbrennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verwetzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris Toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und für mich. Ha. Na okay. Es muss leben. Leben. Pilz in der Tiefe. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hi. So. Lass mal raus. Jetzt denken wir uns. Die Kiste noch. Und. Wir müssen da links lang. Die Klappe. Die Klappe. Lass uns ein bisschen beeilen. Lass uns runter noch. Brems noch ein bisschen ab. Danke. Da unten. Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Hülle unter Wasser liegt. So. Perfekt. Abgebremst. So. Go, go. Hä? Ach so, hier. Ah, das habe ich gerade nicht bedacht. So. Deine Wege. Die Höhle. Erfolgreich. Tuch. Hui. Ach. Jetzt ist er einmal nass. Und jetzt ist er auch mal wieder sauber. Halt dich fest. Halt dich fest. Jetzt. Ach ja. Oh, es ist er auch mal an. few스했 Du bist er mal wieder. Ach ja. Krog Okay, Tiro Du bist wach Vielleicht Nicht ganz Der Dschungel ist nur durch den Krieger Der Park fährt ins Herz des Dschungels Der Studier hat angerufen, ich hab die Rolle Kicks mir nicht ins Auge So Ich dachte, wir könnten die Erwachsene drüber reden Lisa, wir sind in Bangkok zusammen Und ich kann nicht fassen, wie schüttend du bist Muss ich euch scheiße trennen, so wie eure Freunde Ich hab jetzt versprochen Auf euch zwei aufzupassen Riley ist ein kleiner Bruder Er sieht zu dir auf Hey Jay Du kommst Zu meiner Zeremonie nächsten Monat, oder? Jetzt kommt das Haus Jetzt kommt das Haus Jetzt kommt das Haus Du bist ein echtes Naturtalent Rant? Pilze Da ist einer Er nimmt aber auch genau ein Genau ein Kein mehr, kein weniger Aber genau ein Mensch, Mensch, Mensch So Und wieder raus Ein bisschen Hm 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 Und wieder auch So, go go So Auf, auf Und hinauf Und hinauf Und hinauf Und hinauf Na auf, na auf So Haben wir doch als 6 Minuten So Und weiter auch So So Bis bei Ein bisschen da Hoch Und weiter Hoch Und weiter Hoch Und los Hm Hm Alter Ah Perfekt Ich muss die äußere Tür Mö Oh, Jason, was für eine Überraschung Ich hab was Feines für uns gebraut, während sie weg war Oh, ja, und das Mädchen ist jetzt, sie ist jetzt wach Sie hat aber starkes Fieber Wo sind denn meine kleinen Freunde? Wo sind denn meine kleinen Freunde? Oh, oh, ja Haha, die hab ich schon genommen Mein Gott Die Pilze Die Pilze Geben sie her Ich brauche bloß noch ein paar Minuten, um die Medizin zuzubereiten Los, sehen sie noch her Oh mein Gott Ein paar Pilze Er gibt ihnen aber genau ein Er pflückt auch nur ein, aber ein paar Pilze Äh Ah, hier Ich bin aus dem Convoi geflohen Das wollte ich ohne mich dich Der Doktor hat mich gerettet Schön, dass du's geschafft hast Ja Das war echt hart hier Jason, was ist? Grant Grant Ja Hör auf Nein Es tut mir so leid Ja Also, das war's dann Ich Ich Was ist das? Das ist nur Dreck Ja Das ist nur Dreck Immer doch Er war doch Vielen Dank für ihre Rettung Ach, gern geschehen Aber vier meiner Freunde und mein kleiner Bruder fehlen noch Wenn ich sie finde, kann ich sie herbringen? Auf keinen Fall Auf keinen Fall Ich kann mir nicht erlauben, Vars Gefangene aufzunehmen Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein Dann ist es der sicherste Ort Hier würde er bestimmt nicht suchen Bitte Doktor Er muss die anderen herbringen Sonst werden sie sterben Agnes Hier kann ich nichts abschlagen Natürlich können sie bleiben Oh Ich werde eine doppelte Dosis brauchen Um Mich zu beruhigen Ich komm klar Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden Christian, wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin? Ja, ihr geht's gut Dank dir, Dennis Hör auf zu labern Hm, okay Stimmt, brauch's ganz schwer Ich würde mich nach innen suchen Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jis Die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa Bevor du jetzt weiter lavest, nehmen wir aus den ganzen Flug, der flugt da rein Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist Piraten bewachen das Der Fahrt des Kriegers Träniere deinen Tropper Und dein Geist wird folgen Das Patao wird dich weiterbringen Das dreckste Ding noch nicht wieder da, ey Ich fass es nicht Boah Darf ich laufen? Leute Ihr wisst wie ich und laufen bin Ah Da steht noch ein Auto Hab' ich gesehen Ich bin So, dann schon wieder auf ne Straße. So einfach geht das. Nein, auslassbar. Ja, das hat wohl nichts. Ich mach's mir halt ganz einfach. Das ist ein Baum. Ich hab ein Powerauto. Also, ich komm hier überall hoch. Das ist ein normaler Schwein. So. Noch 200 Meter, okay. So, einmal hier runter. Dann hier runter. So. Wenn wir hier mal ganz kurz noch reingucken. Ja, leck mich aber auf! Mann, Mann, Mann! Schon besser. Ja, ich will dich verarschen. Weg. Hab deine Mom gegessen. Ja. Ja. Also, das ist ein... So. Okay. Fass. Na gut, aber schafft es ja. So, danke. Ah, so ein Shit, ey. So, danke. Das war hier, das Fieher. Sogankofschuss. Ich mach dich kalt! Ich mach dich kalt! Schon besser. So, neuer Fähigkeitspunkt. Damit ist da. So. Munition einsammeln. So, 18 Dings. Nochmal 18. Munition. So, gucken. Herstellung. Medizin. Waffenkurte war's. Genau. Heihaut. Raketenbündel. Heihaut. Heihaut. Okay. Raketenbündel. Heihaut. Heihaut. Und nochmal Schwein, okay. Das heißt ein Schwein. Zwei. 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 Erstmal. Dann. So. Äh. Ja. Gucken. Uhrzeit. Ich starte rasch noch. Uhrzeit. 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 Uhrzeit.